Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Let's Play Metro 20 33 und wir sind hier, wir sind hier irgendwo, ich weiß nicht, die letzte Aufnahmesession ist jetzt schon, äh, zwei Tage her, ähm, und ja, wir haben immer noch unsere schallgedampfte Pistole, das sind nur ein paar, wir haben ja richtig viel Munition, ha, ähm, das ist ein Traum. Na, ich soll doch nicht ins Wasser gehen. Scheiße. Ich werde hier noch verstrahlt, ich meine, ich bin schon verstrahlt, aber dann werde ich noch mehr verstrahlt. Weiß jemand den Weg? Äh, 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 ich kann nicht, kann nicht nachladen, ach schade. Und, ach komm. Da ist wieder Wasser. Wasser ist ja sonst immer gut, aber ich glaube, hier ist das nicht so gesund. Da liegt noch irgendwas, aber, ich möchte, oh, kacke. Nein, wieso wieder an der frischen Luft? Wieso? Wieso waren wir das jetzt mal eigentlich bei Böhm? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten doch die Szene, wo wir kurz vor ihm standen. Ach, da ist er doch. Unser Freund. Äh. Tut mir leid. Nee, wir doch nicht. Gut gemacht. Wir sind fast da. Unreinen Aufweiter. Jo. Ich, oh. Das wollte ich nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da. Oh, Mann, ey. Das kann nicht gut gehen. Aber wenigstens kriegen wir die AK von ihm, sobald wir es geschafft haben. Oh, muss nix. Ach, die Teile, die wir das letzte Mal hatten, stimmt nicht, weil ich gerade wieder ohne sie zu sehen. Ah, meine Erzfeinde. Welcher Wistgerl? Speichern? Das kann nichts Gutes heißen. Kacke. Oh, Gott, oh, Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war. Ey, Börm, Börm. Lass uns weitergehen. Scheiße. Scheiße. Kannst du sie hören? Ja, leider. Lass uns ein Stück zurückfallen. Ja. Ja. Ein Stück zumindest. Oh, nein. Welchen rechten? Den. Äh. Ist kein gelb Schnee, ja. Das hat sich immer noch nicht... Ohhhhhhh Hehehehe Ok, ok, ok Muss echt mehr Den machst du, den machst du Hehehehe Gut, dass du das machst Hier, bisschen schnitzen Na, schlosser Jo, mit, oh kacke Was, noch mehr, noch mehr? Oh, scheiße Ohhhhhhh Hinter dir, hinter dir, hinter dir Scheiße, jetzt volle Kraft Voraus, Adion, mir nach Ja Ich versuch's Scheiße, nimm, nimm, nimm Oh, scheiße Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro Umso mehr, als Böben behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde Oh man, natürlich mache ich hier jetzt keinen Cut, sondern wir gehen in die nächste Folge Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen Wir müssen leise sein, wir müssen leise sein und uns umsehen Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg Oh man Nein, ich möchte die Szene nicht überspringen Ich erinnere mich an dieses Gitter Wir müssen nur Oh, scheiße Scheiße, da pass ich nie durch Scheiße, wieder Banditen Na gut, du bleibst hier Und drehen Wir sind gut Halt, wer bist du? Hey, ich brauche Licht Ohohohohoho Wen haben wir denn hier? Es ist Böben, der Geldmacher Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss Ich habe etwas mit ihm zu besprechen Der Boss? Aber natürlich Der Boss soll es also sein Wo solltest du es anziehen wollen? Okay, das reicht Sonst müssen wir ihn mitschleifen Bewegung Das bringen wir später zu Ende Bewegung Oh, scheiße Schau mal, ob er etwas vergisst Ich sehe seine Sachen nicht Hier Oh, kacke Hier gibt es nichts als Ratte Na gut, dann gehen wir Oh, scheiße Oh, scheiße Naja, wenigstens Position Da gelassen Ach, das ist wieder unsere letzte Waffe Welche hatten mehr? Ähm Ich glaube die, oder? Ist besser Äh, Messer? Okay Ui Oh Das ist eine AK Oh ja, die ist etwas besser Etwas ist gut Ich glaube die ist sogar sehr viel besser Mann, was hat denn der für gute Ausrüstung Komme ich hier? Okay, da komme ich auch Komme ich hier? Oh, kacke Scheiße, scheiße Schläfe, oder was? Scheiße, scheiße Verdammtes Pech Ne, das wird nicht klappen Das wird doch unmöglich sein Auch wenn wir die Messer da reizen Na los Scheiß drauf Verdammtes Pech Ich mache es trotzdem so Jetzt habe ich die Messer Ah, kacke Lass Du schuldest mir zwei Magazine So Oh, scheiße Der Typ pfeift, das ist schon mal gut Lass, lass, lass Ich darf mich bloß nicht blicken lassen Okay, das ist eine Lampe Was ist das hier? Scheiße, da hinten ist ein Typ Da ist noch eine Granate Das Licht könnte mich verraten Ich weiß natürlich nicht, ob die Leute sind Das Licht muss aus So Gehen wir doch mal hier rein Hier ist keiner, oder? Nein Oh, hier liegt noch ein Messer Wie es zu sein scheint Okay Alles verdunkelt Herr Scheiße, warum immer Banditen? Warum? Am wenigstens lege ich mit diesen Messern ganz gut Die scheinen ja wirklich ein Segen zu sein Leise Wiederverwertbar Und Effektiv Da ist doch die Wache, die da jedes Mal ran geht, oder? Vielleicht muss ich die ausschalten Das hat nicht geklappt, wie ich wollte Äh, ja, da war ich wohl Instant tot So So, die Waffe habe ich gewechselt Und natürlich die AK selbst auch Hö? Ach da Ach ja Ja Ey, diese Beiden Leute, ne? Das ist echt gefährlich hier So, hier Das hatte ich Oh, Scheiße Also Also das Licht ist Mega gefährlich Ich hoffe, der sieht mich dann nicht Ich hoffe natürlich, das wäre das Beste, wenn der da lang gehen würde, aber So Tut der nicht Die beiden kann ich nicht, die unterhalten sich miteinander Ja, ja, ja Ach du Kacke Was ist mit denen? Okay Nein Was ist das denn? Das hat nicht geklappt Ja, 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 ja Ich weiß, ich weiß Ich weiß, das ist ganz schlecht Dann mache ich das Oh Ähm, äh, 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 da Ach so Ey, was ist denn das? Wieso kriege ich das nicht hin? Okay, 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 ich weiß Den könnte ich töten Was? Was? Hey, 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 hey! Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich befürchte auch, dass ich tot bin. Was? Was? Ach, scheiße. Ähm, nein. Kommt, Leute, kommt. Da ist noch ein Messerscheiße. Yo. Oh, meine vorletzte Deckung ist weg. Na, klasse. Na, das ist zu unmöglich, dieses Lager auszuleuchten. Okay, ich gehe über die andere Seite. Ich gehe echt über die andere Seite. So. Das habe ich ja noch nie hier gesehen. Hey, was ist das denn? Den hätte ich doch eigentlich töten. Man. Egal. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.